Die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Asshara ist bereits bei der Kanalisation. Schnell! Wir werden euch schützen! Wir werden die Eis... Ich hab gesehen, wie sich Leute unter den... Wir können unser Leben nicht für dieses Töricht der Helgentum aufs Spiel setzen. Wir müssen so gucken. Wir können uns nirgendwo verstecken. Elial. Passt auf! Haltet die Leute von diesen Feuerwellen fern! Und dann an den Feuerwellen fern. Passt! Echt? Okay Wesen zorn haben wir uns nur zugezogen? Schnell! In die Kanalisation! Bin ja auch noch da Hallo? Ah, da kommt's Was habe ich vergessen? Bis auf die eine komische hier Jetzt Ja, ja klar Und schon wieder Hier drüben, schnell! Zu den Toren! Jetzt! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Los! Und der die alle Und der die alle Ich habe keine Ahnung Da ist auch noch ein Händler Nein! Ich bin okay. Oh, ich habe noch eine Haube zum Weg. Ich bin okay. Okay. Die Welt waren hier gerade. Ich glaube ich gerade gar nicht angezeigt. Ich bin okay. Ich wurde geheilt. Gucken, Magus. Ein Lutschen, Magus. Warte, ich muss erst mal andere Roller ausfüllen. Andere Roller nehmen. Du musst. Jetzt. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hierbleiben. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Glückwunsch. Ich werde nicht fallen. Ich werde nicht fallen. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir. Sieh das wahre Gesicht des Herzens der Hölle. Ich werde noch nicht nehmen. Noch nicht nehmen. Ich bin ja schon wieder da. Ja. Nicht halt da stehen wo er hingeht. Wo er mit der Arme hinschlägt. Schnell leer. Schließt Bilial's Seele in den Stein ein. Ja. Alles aussammeln. Das ist ein Scheiß. Da ist hier nichts drin. Na. Ich glaube ich bin schon oben. Meinst du ich brauche so lange für den Weg so lange? Ja. Aufsammeln. Kann wohl noch vorbeilaufen. Keine identifizierbaren Gegenstände. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich kann jederzeit aufbrechen. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen sobald ihr bereit seid. Ich kann jederzeit aufbrechen. 3 места aufbrechen. Halb Witness. Halb Meter vom Fernseher. Houill keinen Berg trample anderen Polizei. Ähm, hast du ihm die aktuellen Dinger gegeben mit den, äh, Virtual Nights, ähm, farbig? Hab ich dir als letztes geschickt, da muss ich grad mal gucken. Jaja, es gibt noch ein Update, weil, äh, der eine nämlich bei mir ankam und gesagt hat, das Logo gehört, aber farbig. Dann schicke ich dir eben noch mal ein paar Dings und als Zip.